Hallo meine Lieben, es ist soweit. Ich bin am Flughafen in Zürich und endlich geht es los. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es erst gerade vorhin realisiert, weil ich meine Kamera rausgeholt habe. Die Tage jetzt nämlich vor Abflug, war ich irgendwie total so in meinem Schweizer Alltag drin und habe irgendwie mich gar noch nicht richtig darauf eingestellt, dass ich jetzt in die Bahamas gehe. Ich freue mich riesig, riesig, riesig. First up is Miami und morgen geht es dann weiter auf die Bahamas. Ihr seid natürlich dabei, ich werde bestimmt mehrere Vlogs machen von den Bahamas, weil es ist einfach so schön, es gibt einfach so viel zu zeigen. Deswegen wird das hier bestimmt nicht das einzige Video bleiben. Ich habe es schon mal nach Miami geschafft, meine Lieben. So, ich bin im Hotel angekommen und ich bin hier schon ein bisschen K.O. Und ja, werde jetzt auch gar nichts mehr groß machen. Eigentlich schade, weil Miami ist so eine tolle Stadt. Aber ich werde jetzt noch irgendwas essen gehen. Hier hat es total viele coole vegane Restaurants. Ich muss unbedingt noch ein paar Schuhe kaufen, die ich dann für ein Event brauche, wenn ich gleich wieder zu Hause bin für die Swiss Music Awards. Ich brauche unbedingt noch Schuhe und das war es dann. Dann ab ins Bett. Morgen geht es wieder früh raus und dann geht es ab nach Eloufra. Ja, eine meiner Lieblingsinseln in den Bahamas. Ich freue mich. So, meine Lieblingsinseln. Wieder am Miami Airport. Nein, natürlich geht es noch nicht nach Hause. Ich habe ja noch fast gar nichts gesehen. Es geht jetzt endlich weiter auf die Bahamas. Tut mir sehr leid, dass ich euch nicht mehr von Miami zeigen konnte. War ja eigentlich nur ein Abend hier und ein Morgen. Also nur ganz kurz. Ich hoffe, ich gehe bald mal wieder für längere Zeit nach Miami. War natürlich auch wunderschön. Jetzt muss ich mein Gate suchen. Und dann bin ich schon bald am Ziel. Ja, attention please, passenger. I made it. Und schaut mal, wer mich hier abholt. Das ist Georgia, die Süße. Georgia kenne ich seit sie ein Baby ist. Ja, das letzte Mal habe ich dich gesehen. Ah, du sechs Wochenart warst du süße. Und schau mal, wie groß sie jetzt schon ist. Und wer ist das? Mercy. Mercy High. Und das ist die coolste. Und ich bin jetzt auch schon coolste. Ich bin wieder bei meiner Sarah. Und ich freue mich so. So, einsteigen. Ich würde sagen, zuerst brauche ich mal einen Drink. Ja, auf jeden Fall. Let's go for a drink. Let's go. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, zuerst brauche ich mal einen Drink.